Was geht? Auf Wiedersehen und herzlich willkommen! Ich habe ein kleines neues Projekt für euch Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut was YouTube so momentan spielt oder gespielt hat weil ich war ja auf der längeren Suche nach einem neuen Singleplayer-Projekt vor allem habt ihr ja auch danach gefragt und ja, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt weil ich wollte jetzt auch keinen Standardscheiß spielen und da ist mir dieses witzige Spiel ins Auge getreten sah auf jeden Fall extrem bescheuert aus und weil ich ja sowieso nichts zu tun habe, habe ich mir gedacht, schmeißt die Kiste mal an und probierst das mal aus Allerdings weiß ich nicht, ob man das jetzt mit dem Controller zockt oder mit der Tastatur und ich glaube, wir gucken einfach mal rein, man kann das auch im Koop spielen aber ich habe jetzt leider keinen, der mit mir im Koop spielen kann, also spiele ich halt alleine und ja, im Workshop gibt es also, es ist irgendwie die Steam unterstützt ja und keine Ahnung ich habe null Ahnung ich habe da mal ein paar Szenen mal reingeschaltet und mir das mal ein bisschen angeguckt aber wirklich Ahnung von dem Spiel habe ich nicht ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss ich weiß nur, dass man so einen komischen Tittenfischmann spielt und durch so Level durch boah, irgendwie so durchballert und ja wir gucken einfach mal rein ich bin gespannt, was das kann vielleicht kann es auch gar nichts, aber egal Hauptsache wäre ein bisschen Spaß dabei wie die 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 Mr. Gru, die wedding ist starten, bist du bereit? Du bist nicht sogar getestet. Mach dich selbst präsentabel, sie ist wartet für dich. Okay, 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 es geht los. Okay, das sieht auf jeden Fall ganz schön abgefahren aus. Okay, wir müssen den linken Stick, um Octodads Arm zu bewegen. Okay, heißt, wir können ja erstmal alles abräumen. Ja, alles klar. Okay, das erinnert mich voll. Das erinnert mich voll an, ähm, hier, Surgeon Simulator oder wie das hieß. Da, wo man mit dieser Hand die Leute da verarzten musste, was ich auch total bescheuert fand, das Spiel. Habe ich aber auch nie gezockt. Okay, wir müssen den Right Bumper, um Objekte festzuhalten, oder A? Okay, kann ich, was kann ich, okay, mit A kann ich los, okay, ich kann das auch mit A machen, alles klar. Ich kann auf jeden Fall weg, ah, okay, ich brauche nicht gedrückt halten, ich kann die einfach nehmen und wegschmeißen. Okay, ich kann den Arm nehmen und weg, oh, da ist ein Schlüssel. So, komm, okay, das ist auf jeden Fall ein witziges Spielprinzip. Move the right stick to up and down to raise or lower your arm. Alles klar. Ah, ah, okay, alles klar. Damit, ah, okay, das ist wie so eine virtuelle Maus, das kann man auch mit der Maus, okay, okay, mit der Maus kann man es auch steuern, aber das ist ja immer mega kompliziert. Okay, alles klar. Alter, what the fuck. Okay, 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 ganz sachte. Runter und nach vorne, nach oben, ja, okay, das erste haben wir geschafft. Jetzt das zweite. Juhu! Okay, jetzt müssen wir das aufmachen. So, auf! Oh, okay, alles klar. Open that cabinet, alles klar. Holding the right trigger will gradually lift your right leg. Okay, ah, what the fuck. Okay, das, das, das wird richtig kompliziert, glaube ich. Left trigger, okay. Ah, ich kann nicht beide gleichzeitig. Ich kann auf jeden Fall, ich kann, oh mein Gott, also ich muss mich auf jeden Fall hier, muss hier auf jeden Fall irgendwie durchlaufen. Okay, die Geräusche sind auf jeden Fall schon mal mega geil. Ich muss ja diesen scheiß Spiegel loslassen, ja, was soll ich damit? Weg damit. So, alles klar. Nee, jetzt habe ich meinen Arm wieder. Ich muss mein Bein dahin. Jetzt mein linkes Bein. Dahin, jawohl! So funktioniert es. Jetzt mein rechtes Bein. Jetzt mein linkes Bein. Jawohl. Oh, oh, da ist eine Krawatte. Und was können wir denn mit den ganzen Sachen hier machen? Was können wir die auch wegschmeißen? Wenn ich das jetzt nehme und einfach... Okay, kann ich auch wegschmeißen. Ich muss auf jeden Fall die Krawatte nehmen. Boah, wie so ein Krabbler irgendwie. Okay. Uh. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall die Krawatte, die Tie. Habe ich die jetzt auch schon an? Nee, habe ich noch nicht. Wir müssen den Türknauf nehmen und die Tür aufmachen. Nee. Okay. Tür auf! Auf! Alles klar. Sehr schön. Find and wear your tugs. Okay, okay. Wir müssen unseren Anzug jetzt finden. Aber... Also ich spiele tatsächlich gerade im Controller, nicht mit der Tastatur. Und... Alter. Oh mein Gott, wer lässt sich so eine Scheiße einfallen? Das ist doch total bescheuert. Alles klar. Aber mein Controller vibriert voll, wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendwie laufe. Oh, da ist ein roter Knopf. Was passiert, wenn wir da drauf drücken? Ich habe auf jeden Fall noch eine Taste in der Hand. Jetzt nicht mehr. Ja, ja, ja. Boah, jetzt sind wie die Tentakel. Das ist wie Brams Zunge. Ey, so richtig... So richtig, äh, Gecko-mäßig. So... Ja, 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 ja. Jawohl! Ja, Disco-Music hier, ey. Kann ich so einen Luftballon nehmen? Jawohl! Nein. Komm, komm. Ah! Luftballon! Okay, funktioniert nicht. Dressing Room hier. Okay. Boah, das ist ja sowas von kompliziert einfach nur. Was für eine Scheiße! Okay. Okay, das funktioniert so nicht. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Den habe ich aber leider nicht. Heißt, kann ich eigentlich auch schnell rennen? Ja, auf jeden! Guckt es euch an! Ja. Aufmachen? Aufmachen? Oh! Da ist mein, 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 mein Tuxedo hier, ey. Also, ja. Boah, wir sehen jetzt richtig Premium aus. Und da ist auch der Schlüssel für die Tür. Oh! Ja, alles klar. Jetzt muss ich aber wieder hier rauslaufen. Boah, guckt ihr... Oh, wenn man einmal das Gefühl dafür dann ist, dann geht das voll easy. Guckt euch das mal. Das ist doch scheiße einfach! So eine Scheiße! So, alles klar. Meinst du, bist hier wohl so auch so Easter Eggs? Oh, geil, ich fasse mir voll ein Nüsschen hier. Alles klar, so. Okay, runter. Jawohl! Aufmachen? Ja, so ist gut. Und jetzt da durchlaufen. Und wieder loslassen. Und wenn man einmal den Dreh raus hat, dann geht das voll gut. Ist ja auch noch eine Tür. Oh! Oh, da habe ich den Türknopf abgebrochen. Weg damit. Ja, weg damit. Alles klar. Das Bild kann ich auch von der Wand nehmen und einfach wegschmeißen. Es ist echt total bescheuert. Bananenschalen! Okay, wenn ich die hochnehme... Okay, ich würde die gerne wegschmeißen. Okay, weg damit. Alles klar. Was brauche ich jetzt sonst noch? Find your bowtie. Okay, bowtie. Achso, meine Fliege. Ah. Nur, das ist Cthulhu. Heißt der doch. Dieser komische Dämon. Allerdings weiß ich nicht, in was für einer Mythologie oder Religion der vorkommt. To go of an... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe das jetzt nicht mitgekriegt. Egal. Wir müssen auf jeden Fall unsere Fliege nehmen. Komm. Ja. 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 Und jetzt muss ich mir die anstecken. Oder wie? Put on... Jawohl! Alles klar. Alles klar. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Event this way. Okay. Okay, was ist denn hier? Wenn wir da noch reingucken... Ach, weg mit dem Geschenk. Das braucht doch kein Schwanz. Da wäre schon genug Geschenke hier. So. Aber da komme ich nicht durch. Na gut. Oh! Ich finde, da könnte man ein paar mehr Geräusche machen. Move the right stick up and down to raise your lower arm. Ja, habe ich doch, oder? Da tue ich doch. Hier, hoch und runter. Ha. Hoch und runter. Ja. Okay. Jetzt muss ich den Griff da wahrscheinlich... festhalten. Ja, so. Ah, und damit mache ich das Ding hoch. Okay. No problem. Ich zeige... Ha. 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 Erstmal, äh... Moralisch fragwürdige Sachen mit dem Armkerl hier machen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute das schon gemacht haben, ey. Ja. Brab, brab. Ha. Okay. Normal Attire only. Okay. Davon... Ich brauche auf jeden Fall... Ich brauche auf jeden Fall davon eine Aufnahme fürs Thumbnail, wenn der so macht. Na egal, okay, lassen wir das. Jetzt Spaß beiseite. Ach ja, allen, die gerade aufgefallen ist und jetzt sagen, Hadi, du hast dich ja gar nicht rasiert, rasier dich mal wieder. Ich wollte jetzt mal ein bisschen den Franzosen Hadi machen. Bonjour, mademoiselle. Haben Sie ein Baguette? Oh, ein Zylinder. Oh, meiner. Und auf den Kopf setzen. Na, setze dir... Jawohl, Chapeau, Junge. Alles klar. No problem. Da ist meine Braut. Ich dachte, er war ein Läuer. Ja, war geil. Ich habe so einen Überschlag gemacht. Okay, was ist denn mit den Leuten hier? Retrieve the ring. Okay. Ja. Wo ist der Ring? Was muss ich tun? Ich kann ja erst mal ein bisschen an die Möppies grapschen. Hier, eine Bananenschale für dich. Ich brauche den Ring. Das sind auf jeden Fall Leute, die sehen mich. Kann ich die auch antatschen? Komm. Komm. Ich will so ein Ohrgra... Oh, eine Blume für Sie, Mademoiselle? Das ist irgendwie geil. Oh, scheiße. Okay, du willst keine Blume haben. Aber vielleicht kann ich dich besteigen. Na, komm. Oh. Bonjour. Oh mein Gott, wie ich sie umarmen kann. Komm her. Oh, erst mal die Gäste umarmen hier. Oh, hallo. Oh, sie haben einen knackigen Popon. Okay, scheiß drauf. Wo ist der Ring? Retrieve the ring. Hier sind nur so Dinger. Und die Leute sehen mich auf jeden Fall. Okay. Vorwärts laufen? Oh, oh. Ja. Oh. Okay, was habe ich getan? Ich habe sie irgendwie... So, retrieve the ring. Ja, ich soll den Ring bringen. Zurückholen, wie auch immer. Aber wo? Was ist denn da oben auf der Orgel drauf? Was ist denn das da oben? Was ist... Kann ich... Ah, ich kann auf jeden Fall nicht auf der Orgel spielen. Das ist schade. Aber da oben ist was. Und da möchte ich bitte dran. Kann ich hier hochklettern? Komm schon. Ich... Da. Was ist das? Ich will wissen, was das ist. Da. Ja. Ha. Oh. Ja, ich war fast dran. Komm schon. Ich sehe schon. Hier wieder. Ein Versuch noch. Ein Versuch. Ja. Da war die Hand. Ja. 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 Was ist das? Ich... Oh. Das ist eine neue Krawatte. Voll geil. Also gibt es auch so sammelbare Gegenstände hier. Okay. Und was ist hier drin? Ah, hier ist vielleicht der Ring drin. Ah, da ist der Ring. Okay. Erstmal die ganzen Scheiß daraus. Nein, brauche ich nicht. Ich mache das schon. Das ist ein Donut. Den brauche ich nicht. Alter. Nein. Ja. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Okay, alles klar. Hier, meine Angebetete. Ich putte ihn dir an den Finger. Oh. Jetzt bin ich verheiratet. Bin mal gespannt, was da für Kinder rauskommen. Oh. Oh. Young Horses. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mein Studio auf jeden Fall auch Young Horses nennen. Kann ich mich bewegen? Jawohl. Okay, alles klar. Ich kann die Buchstaben wahrscheinlich sogar festhalten, oder? Achso, muss ich jetzt hier das Intro quasi, äh, also beziehungsweise die Credits hier noch durchspielen. Oh ja, jetzt komm hier. Ich will jetzt hier endlich anfangen zu spielen. Ich will jetzt hier endlich anfangen zu spielen. Oh, mein Gott. Dad. Oh, es ist morgens. Okay, alles klar. Mein Wecker klingelt. Alter, wo ist der Wecker? Ich muss den ausmachen. Weg. Das ist die Lampe. Ich muss auf jeden Fall erstmal aufstehen. Boah, ey, der ist ja wie so ein nasser Sack. Okay, alles klar. Boah. Alter. Alter, erstmal den Wecker. Tut, tut. So, komm. Nein, nicht die Schublade aufmachen. Ich will nicht. So. Ah, und weg mit dir, du Scheißding. So, weg damit. Aber vielleicht ist ja hier noch was Geiles drin. Okay, da sind nur Anzug, äh, Hemden drin. So, aufmachen. Wie der sich am Boden rum, rumfriemelt hier, ey. Oh, da ist noch eine Krawatte gewesen. Da ist eine Krawatte. Oh. Wo? Nein. Nicht das Hemd. Nein, nicht die Schublade. Nein. So. Ja, ja, ja. Jawohl. Number one dead, auf jeden Fall. Aber das ist eins von drei gewesen. Heißt, wir haben vorhin noch voll viel übersehen. Ist hier sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. Boah, hammer sexy und so. Vielleicht ist hier auch ein One-Safe oder sowas. Boah, der sieht ja noch voll müde aus. Ja, okay, wenn man... Aber es ist doch zwei... Morning, Daddy. Morning, Daddy. Daddy. Okay. Achso. Was der für Geräusche von sich gibt. Awesome. Awesome. Oh, mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwie so eine Krawatte noch ist. Daddy, will you give me a Unicorn? Ah, wir haben gerade einen Zeitsprung gemacht von mehreren Jahren, weil der hat ja jetzt schon Kinder. Aber entschuldigen wir mal bitte, warum haben die Kinder nicht mindestens fünf Arme? Was ist da los? Boah, die Steuerung ist ja der absolute Wahnsinn, ey. Alter. Okay. Ach, Mann. Ohne Witz. Was ist denn das für ein Dad? Ey, der muss ja ständig neue Türgriffe holen, wenn ich die hier ständig zerstöre. Auf jeden Fall, Junge. Ich, äh, ich hau hier nur die ganze, äh, die ganze Wude auf den Kopf. Oh, was ist das denn? Was ist ein geiles Frühstück? Ich will mal kurz in den Kühlschrank gucken, was meine Ehefrau Tolles angekauft hat. Let's go. Let's go. Okay. Oh, komm. Okay, sie möchte mir auf jeden Fall irgendwas erzählen. Ja, echt mal. Der Master. Oh, was ist das denn? Kaffee. Kann ich Kaffee machen? Warte, das wäre mega. Jawohl, ich kann Kaffee machen. Wie geil ist das denn? Ach, ich muss. Es ist auch meine Aufgabe. Ich dachte, ich mache das jetzt ja einfach mal zum Spaß. Okay. Nein, nicht den Topf. Ich brauche die. Ja, so. Ja, jawohl. Ich brauche mal noch Wasser. Warte, 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 warte. Ja. Pling. Wir machen Kaffee. Voll geil, ey. Oh, ich muss. Ich muss Stacy some milk bringen. Wo ist denn die Milch? Oh, da. Ja, jetzt. Boah, Alter, ohne Spaß. Ich finde, das wäre voll geil, wenn du so ein geiles Tittenfischvier als Vater hättest. Und er wird hier so durch die Bude glibbern. So. So, hier hast du deine Milch. Viel Spaß damit. Ja, träg die Milch. Das ist gar nichts. Sorry. Ach, das ist Stacy da unten. Okay. Sorry, das war der Sohn. Okay, warte. Hier, da ist der Milch. Oh, mein Gott, ist das bescheuert. Oh, weg mit der Milch. Die brauche ich eh nicht mehr. Alles klar. Was muss ich jetzt machen? Drink some coffee. Okay. Ja. Dankeschön. Warte. Ja. Auf unser Wohl. Ja, wir hauen uns die Tasse nur ins Gesicht. Wow, ich trinke ein bisschen Kaffee. Und weg damit. Erinnert mich immer. Uh, go out in the backyard. I need you to take care of some chores in the backyard while I get some work done. There's grass to mow, weeds to pull, wood to chop, and don't make burgers for lunch. You can check all of your objectives by pausing the game with start button. Ah, okay. Weed the garden. Get mower from the shed. Boah, Alter, jetzt muss ich erst mal die Haus... Wieso macht meine Frau das eigentlich nicht, den Rasenlähne? Wobei, das ist eigentlich Männersache, das stimmt. Gibt's hier keine Frauenaufgaben? Nee. Scheiße. So, erst mal muss ich das Ding noch aufmachen hier. Warte? Ja. So, weg damit. So, weg damit. So, ein... Oh, warte. Warte, 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 warte. Ja, so. Nee, weiter. Ja, so ist gut. Der brät jetzt, oder? Grill and Serve Burgers. Jawohl. Okay, alles klar. Jetzt muss ich den hier drauflegen. So. Warte, warte. Hoch. Und jetzt nach da. Ja. So, jawohl. Boah, das ist gar nicht mal so schwierig, ey. Warte, jetzt... Ich muss noch einen grillen. Okay. Daddy macht geile Burger. Oh, nee. Das ist falsch. So, so. Nein! Oh, okay. Drei-Sekunden-Regel. Oh, okay. Jetzt endlich genug Bakterien dran gekommen. So. Jetzt noch einen da drauflegen. Oh, nö. Fuck. Oh, oh. Alles klar. Der eine ist aber schon fertig. Den müssen wir jetzt da wegholen. Nee, was trinken will ich nicht. So, weg damit. So, ein Burger. Wie hieß die Nummer? Stacy? Ja, hier Stacy. Hier hast du deinen... Nein! Da, so. Alles klar. Warum sagst du das, dear? Wenn ich fliege, würde ich einfach fliege nach dem Mond und live da. So. Hui! Alles klar. Jetzt muss ich den... Das sind ja fast immer so Minispiele, weil das ist ja echt wie Search and Simulator. Oh, jetzt muss ich da noch Ketchup drauf machen. Hier überall Ketchup drauf. Wuh! Oh mein Gott. Warte, ich muss ein Stück darüber laufen. So. Oh. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Warte. So. Ach komm, scheiß drauf weg damit. Jetzt muss ich den Garten weeden. So, was muss ich dafür... Oh. Okay. Chops am Firewood. Okay. Wie funktioniert denn das? Muss ich das einfach hier drauf hauen? Oh, fuck. Wahrscheinlich muss ich die erstmal da drauf legen, wa? Ja, natürlich. Okay. Jetzt muss ich das Ding nehmen. Ah, fuck. Daneben. Ah, wieder daneben. Jawohl! Habt ihr gesehen, wie ich mit einer Vorwärtsbewegung das Ding da in die Hälfte zusammengeschlagen habe? Okay, noch einen. Ne, der ist schon fertig. Na? Da ist noch einer. Da drauf. Okay. Okay. Oh mein Gott, das ist ja fast wie Happy Wheels, ey. Nur ein bisschen anders. Zack. Komm. Komm, okay. Firewood gechoppt. Ah, weg damit. Chops schon, Firewood. Ja, warum muss ich das jetzt noch da reinlegen oder muss ich das jetzt alles machen? Wo ist denn überhaupt die Axt? Wo hab ich denn die denn jetzt hingeschmissen? Ach, da. Ah. Alles klar. Hab ich jetzt genug... Immer noch nicht genug gechoppt. Vielleicht muss ich alles machen. So. Wo ist die Axt hin? Ich hab ihn wieder weggeschmissen. Also immer mal den glibberigen Finger hier. Ah. Zing! Ich musste tatsächlich alles choppen. So, jetzt muss ich den Garten weeden. Okay, die Kamerasteuerung ist auf jeden Fall auch ein bisschen für den Arsch. Aber wer denkt sich... Wer denkt sich so ein bescheuertes Spiel aus? Ach, ich muss Unkraut zupfen. Okay, weg damit. Ja. Weg damit. Oh, ich sollte aber nicht so viel in die Bühne trinken. So, weg damit. Da ist noch was. Wirklich nicht so... Erstmal... Erstmal in den Nachbarschaftsgarten werfen. Warte. Ah. Jawohl. Erstmal zu den Nachbarn rüber. Da ist das Scheiß drauf. Ich muss mich hier draufstellen. So. Ah. So. Soll sich die Nachbarn damit rumschlagen. So mache ich das nämlich zu Hause auch immer. Oh, immer schön zu den Nachbarn rüber. Get more from the shed. Okay, dann müssen wir das Ding jetzt aber erstmal aufmachen. Ja, aufmachen. So, lass los. Ach, komm. Groh. Was labern die die ganze Zeit da immer? Ah. Oh, guck mal an hier. Ich musste hier ein bisschen Rasen mähen. Aber es fliegt natürlich die ganze Scheiße hier rum. Ich weiß gar nicht, was das Spiel von Metacritic gekriegt hat. Ich würde dem Spiel, ganz ehrlich... Kann ich ja nicht die Blumen hier auch wegmähen? Ach, komm, ich würde ja auch die Blumen mähen. Aber das geht nicht. Boah, ich würde... Das ist echt so ein Thresh Night Spiel, wa? Das ist echt so ein geiles Thresh Night Spiel. Dem Spiel würde ich auf jeden Fall... Ja, okay, absoluter Bullshit würde ich dem Spiel auf keinen Fall geben. Das muss man mal ganz einfach sagen. Weil es ist schon auf gewisse Art und Weise spaßig. So, komm schon. Oh, immer diese Gartenarbeit, ey. Eigentlich müsste das meine Frau machen, ey. So. Na komm, ich will jetzt noch den Rest hier, will ich jetzt auch noch mähen. Ah, so ist brav. Hey, Dad, ich sah diesen crazy Chef-Guy wieder. Oh, Dad, ich sah diesen crazy Chef-Guy wieder. Aber ich habe... ...was zu sagen. Oh, fuck. Was? Wo läuft der hin? Du sollst hierhin kommen mit deinem geilen Arm. So. Alles klar, und jetzt? Ah, ich muss jetzt wieder da oben dran denken. Okay, ich glaube, mein Nachbar mag mich, weil ich... ...bestimmt, weil ich... ...das Unkraut da rüber geworfen habe. Was muss ich denn jetzt machen? Was muss ich denn machen? Na, ich muss die Dinger da reinwerfen. Ja, aber... Ach so, hier, ich muss die, äh... ...die, die, 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 die Gartenzwerge da reinwerfen. Ja, komm. Jawohl. Sekund genommen. That was too much for me. What's going on over there? Ja, ich muss die Dinger wegschrauben. Hm. Anyway, ich habe eine Überraschung für die ganze Familie. Ein freer trip zum Aquarium. Ja! 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 Oh, uh... ...groceries. Wir müssen zu gehen in der Kartenkart. Wir müssen Dinge wie... ...cereal für die Kinder. Richtig, Kinder? Wir haben bereits cereal. Wir müssen sooo viel Cereal. Dann ist es erzelt. Wir gehen in der Kartenkart. Ich will Sports-Johnson-Cereal und Pizza- und soda und chocolate milk und ich will einen apple! Boah, was für ne Bullshit-Story einfach, ja? I WANT MACHINE RE-HEATS! So, hier sind Recycling-Container. Okay, lol. Also, solange ich in meinem Anzug bin, interessiert die Leute das nicht, wie ich aussehe oder was, dass ich einfach so ein glipschiger Octodad bin, ja? Lol, ich hab den mit meinem Fuß ins Gesicht gehauen. Kann ich den noch? Kann ich den noch irgendwie blästigen? Der gibt irgendwie die Geräusche von sich. Oh, kann ich damit durch die Gegend fahren? Das wäre ja nun mal mega geil. Jawohl, Junge! The Eversons hat revolutionisiert die modernen Shopping-Experience. Everything here is wanna made and handle promote it. Alles klar. Ach, scheiß drauf, wir laufen hier einfach durch die Gegend. Also, die Frozen Pizza muss... Oh, wie geil ist das denn? Da möchte ich rein. Hallo, da möchte ich rein. Warte. So. Ah, ich kann die Beine auch bewegen. Warte, so. So. Ne, runter, 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 runter. Ne. Okay. Okay, ich bin ja hart am abdänzen gerade da auf dem Ding. Aber... So. Jawohl. Wie bescheuert das ist. Also, das Ding geht ja voll ab. Was, wenn ich jetzt loslasse? Kann ich nicht. Okay. Okay, das Ding geht auf jeden Fall richtig hardcore ab. Jetzt will ich aber nicht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Und ich kann auf jeden Fall Mucke machen. Hammergeil. Okay, was kann ich denn hier sonst noch so entdecken? Da oben... Für das große Spiel? Vielleicht für eine große Party? Nur Gurbisons hat ein Sodium-Mango-Soda. Ach so, erstmal wieder unseren Gruß machen. Oh mein Gott. Wie bescheuert das ist. Boah, wie man die ganze Zeit jedes Mal an so eine Scheiße denkt, ey. Ma, ey. Immer, weißt du, so 25 Jahre alt, aber im Geiste noch irgendwie 8 oder so. Boah, ey. Meine Fresse. So, wie... Oh, ich steck fest. Ich muss auf jeden Fall mein Bein so... Ah, ich kann mich, wenn ich das gedrückt halte... Nee. Ah, ich kann mich auf jeden Fall auch irgendwie so fest... Nee. Das rechte Bein muss jetzt nach oben. So. So, ja. Was ist das denn? Nesta. Ein Energy Drink von der NASA. Erstmal wegschmeißen hier. Komm. Weg damit. So. Welches ist denn jetzt das linke Bein? Das hier? Nee. Rechte Bein? Da unten. Nee. Auch nicht. Nein, nicht wieder da einfach runtergleiten, ey. Alter, die Steuerung ist so... So... Bullshit ich einfach nur. Wie soll ich denn da jemals hochkommen? Ja, so ist gut. Ah. Ah, ja. So. So. So ist gut. Ah, ja. Ja. Oh, wir kommen der Sache näher, Leute. Wir kommen der Sache näher. Nein, nicht wieder runterfallen. So. Ja, sehr gut. Perfekt. Nein. Okay. Jetzt. Jetzt. Soda. Die Soda. Jawohl. Mann, gut, oder? Okay, da kann ich mich ja jetzt hier verziehen, wa? Okay, das ändert mich so ein bisschen an King Kong, wenn ich hier so dieses Gebäude erklimme. Ach, was hab ich nicht schon in der Hand. Da ist ein Creeper. Chocolate Mint Craft. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn, ey? Erstmal so ein Minecraft Sidekick, oder was? Ja, ich hab doch erstmal dieses geile Schaumstoffteil in der Hand. Okay, jetzt ist genug Minecraft. Und da hinten muss ich jetzt an das Regal dran. So, rausnehmen. Rausnehmen. Und. Jawohl. Was hab ich denn da? Dead Milk Company. Alles klar. Ah, ich muss doch die Frozen Pizza finden. Was kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Kann ich was mit dem Sägeblatt anstellen? Irgendwie, äh, 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 Fleisch schneiden? Jawohl, das funktioniert. Wie geil ist das denn? Aber da kommt nichts Sinnvolles bei raus, wie ich das gerade so sehe. Erstmal ein Würstchen hier nehmen. So. Würstchen schreddern. Alles klar. Okay. Oh, warte mal. Da kann ich bestimmt einen rufen. Go away. Haha. Go away. Our freezer section is all frozen up. We're working on getting it fixed. But we're sure at least one freezer door is working. Ah, okay. Ich muss da rein. All these freezers frozen. Alles klar. Boah. Ey, du willst mir jetzt sicherziehen, dass ich mich jetzt da durchschlängeln muss, oder? Ah, alter, what the fuck. Except one freezer door is... Okay. 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 Jawohl. Ah, so funktioniert das also. Erstmal das Ding hier rausholen, so damit ich da rein kann. Ah, so. Bein rein. Das zweite Bein. Jawohl. Das funktioniert tatsächlich. Wie geil ist das? Oh, 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 oh. Okay. Das glaube ich war aber absolut nichts. Jawohl. Da habe ich sie, die frozen pizza. Ja, so ein kleines Geschicklichkeitsspiel, ey. So, kann ich hier ein bisschen Geld ziehen? Oder was ist das? Oh. 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 Was ist denn das überhaupt? Shirtless Chefs? Jawohl, Junge. Erstmal die Gate-Zeitschrift hier. Two and a half Kevins. Ja, auf jeden Fall. Voll die Anspielungen hier. Who the heck is Chris? Aha. Okay. Gibt es da noch mehr Anspielungen? Lol. Das ist, äh, 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 von diesem Handyspiel. Von diesem Handyspiel war das eine jetzt gerade. Komm, mach mal weiter. Esparza. Weiter, 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 weiter. Okay, hier, 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 das, das da. Das ist auf jeden Fall schon mal das, äh, äh, ähm, das, äh, Filmplakat von Saw. Äh, nicht Saw. Ach, Jaws. Ja, hier von, 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 boah, ich bin grad so Maximum verwirrt einfach. Der weiße Hai. Aber in dem Stil von diesem komischen, ähm, Handy-Game. Allerdings fällt mir der Name jetzt nicht davon ein. So, da ist der Eingang. Okay. Allseits hab ich mich ja hier voll verhakt. Ja. Kann ich ja... Wieder raus? Okay. Alles klar. So. Kann ich hier die Kasse knacken? Naja, kann ich nicht. Ich kann auf jeden Fall unten dran rumfriemeln. Naja, das funktioniert nicht so richtig. Destroy. Destroy. Hear that? Was man ja allem machen kann, ey. Das ist ja sowas von... Bullshit. Oh, was ist denn da schönes? Da ist ein Apple. So, nein. Apple, Apple, den gelben will ich. Den gelben. Nein! Nicht den roten. Den gelben. Nein! Nimm den gelben jetzt! So. Sehr gut. Oh, da wird geklingelt. Aber ich, äh, bin leider nicht verfügbar jetzt gerade. Das tut mir ja furchtbar leid. Scheiße. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Get Tommy's Cereal. Oh, die habe ich wahrscheinlich übersehen. Cheatay. Wo könnte... Wahrscheinlich hier in dem... Ah, hier in dem Gang war ich noch nicht. Das letzte Sports-Johnson-Cereal. Ich hoffe, dass niemand ihn verpackt hat, während ich hier schaue. Ja, das hole ich mir jetzt erstmal. Oh, oh. Sie darf sich auf jeden Fall nicht sehen, wie ich mir das absnacke. Aber hier. Möchtest du nicht so in so einem Vakuum verpackten Kram haben? Hier, da. Da. Nein! Oh, ich hab das Richtige. Okay, ich muss mal eben kurz... Oh, ne. Nein, ich geh jetzt nicht an die Tür. Ich kann jetzt nicht! What? Sushi, Mommy! Free sushi sample in the bag? Muss ich hier lang? Okay. Alter, ich bin voll ausgerutscht auf den Bananen. Das ist aber nicht so geil. Okay, ich glaube, ich muss nicht hier lang. Wo ist denn das geile Sushi, ey? Guck mal, wie ich hier... Alter! Oh, warte mal. Ah, da kann ich jetzt rein. Sehr geil. Okay. So. Aber, bevor wir... Oh, ne doch, das hole ich mir jetzt noch eben hier. Komm her! Oh! Sushi! Sushi! Jawohl! Oh, jetzt bin ich ja eigentlich... I will turn you into moderate repressed sushi! Okay, das ist dieser komische... Oh, bin ich jetzt tot? Hey, but get away from... Free sushi sample! Ah, okay. Alles klar. Ich darf mich von dem nicht erwischen lassen. Der ist... Das ist so ein Chefkoch, der aus mir Sushi machen will. Voll geil. Okay, aber bevor wir das jetzt machen, machen wir jetzt hier jetzt mal eine kleine Pause. Ich danke euch auf jeden Fall, äh, fürs Zuschauen, ja? Und, äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid, falls das wieder heißt, auch so der Tarim. Miau! Ja, 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 ja.